Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Es ist Sonntag und wie ich euch letzte Woche versprochen habe, gibt es heute ein neues DIY-Projekt. Ihr habt viel spekuliert in den Kommentaren, aber jetzt kann ich euch verraten, denn wir werden heute eine Wörteruhr bauen. Jetzt denken die meisten von euch, was ist denn eine Wörteruhr? Ich glaube, jeder von euch hat schon mal etwas ähnliches gesehen. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Und zwar ist das keine normale Uhr mit Zeigern, sondern wie ihr schon seht, eine Uhr, die verschiedene Wörter auf ihrer Front hat. Und je nachdem, wie viel Uhr es ist, die Uhrzeit dann in Sätzen angezeigt wird. Das heißt zum Beispiel, es ist Viertel nach eins oder so. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Eine nächste Frage, die ihr jetzt stellen könntet. Leo, warum DIY? Warum nicht einfach eine kaufen? Ja, dann geht mal einfach auf Google und googelt mal nach Wörteruhr und ihr werdet zurückfallen auf euren Stühlen. Denn so eine Uhr kostet bis zu 2500 Euro beim Format von 50x50 Zentimetern. Und das ist einfach nur krank. Ich glaube, jetzt ist deutlich, warum wir das DIY machen. Und das Coole ist, es gibt richtig Bausätze für diese Uhren, die bei einem Bruchteil von diesem Preis liegen. Deswegen geht jetzt auch schon mal ein riesiges Dankeschön an die Firma DuKannstMitspielen raus, die uns einen kompletten Bausatz für dieses Video bereitgestellt haben. Alle Links zum Online-Shop von DuKannstMitspielen sowie den anderen Artikeln, die ich in diesem Video verwenden werde, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, wir reden gar nicht lange drum rum und fangen direkt an. Was ist bei dem Bausatz dabei? Da wir hier ein DIY-Set haben, wo wir uns auch eine eigene Platine zusammen löten, sind natürlich alle elektronischen Komponenten dabei, die wir zum Löten benötigen. Da muss ich auch noch kurz was zu sagen. Und zwar solltet ihr mindestens ein paar Lötkenntnisse mitbringen und vor allem auch Lötkenntnisse im Bereich Platinen löten. Das ist nochmal was anderes, als nur Kabel aneinander zu geraten. Das heißt, behaltet das in eurem Kopf. Wenn ihr euch das nicht zutraut, ihr könnt diese Bausätze auch schon leicht vorgelötet auf der Website von DuKannstMitspielen kaufen. Neben den elektronischen Komponenten ist da natürlich auch die große, große Platine mit dabei. Und die ist echt wahnsinnig groß. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine große Platine in der Hand gehabt. Die ist auch doppelseitig. Das heißt, auf die eine Seite kommen die ganzen LEDs und auf die andere kommen dann die Mikrochips und was noch alles dabei ist. Dazu kommen wir aber natürlich nachher noch. Zu der Platine kommen noch vier kleine weitere, die hier quasi an die Ränder nochmal ran gelötet werden. Das werdet ihr aber alles gleich sehen. Zum Rahmen ist natürlich jetzt die Frage, wie wurde das umgesetzt und das finde ich besonders schön. Und zwar haben wir hier, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören und sehen, weil das Ding ist echt groß, haben wir einen MDF-Rahmen, der extra dafür gefräst wurde. Und das ist wirklich ein richtig nicer Touch und für den Preis richtig, richtig gut. Es gibt dann noch eine Backplate, ebenso aus MDF-Gefräst, die hier nachher raufkommt. Und damit können wir uns das dann quasi so an die Wand hängen. Alles, was ihr hier jetzt auf meinem Tisch seht, ist im Bausatz von Du kannst mitspielen enthalten. Die einzigen zwei Sachen, die nicht enthalten sind, ist einmal das Netzteil. Das könnt ihr euch separat kaufen. Da habe ich auch einen Link in der Videobeschreibung. Und die Frontplatte der Uhr. Zur Frontplatte der Uhr, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Es gibt sie lasergeschnitten aus Edelstahl, aus Glas, aus Holz. Es gibt so viele verschiedene Materialien. Da müsst ihr einfach mal googeln. Ich habe euch auch Links in die Videobeschreibung dazu gepackt. Die müsstet ihr auch noch separat besorgen. Was beim Bausatz nicht dabei ist, ist die Farbe, falls ihr den Rahmen hier anmalen wollt. Dabei müsst ihr beachten, das ist ein MDF-Rahmen und MDF saugt Farbe förmlich an. Das heißt, ihr könnt das Ganze nicht einfach lackieren, sondern müsst das mit einer kleinen Grundierung vorher bearbeiten und könnt erst danach lackieren. Was man auch nicht vernachlässigen sollte, du kannst mitspielen, haben auf ihrer Website eine komplette PDF-Datei mit jedem einzelnen Bauschritt und Lötschritt, den ihr durchführen müsst. Das heißt, ihr werdet hier super und sicher durch den Bauprozess geleitet. Ich werde euch jetzt hier nicht bei jedem einzelnen Lötschritt mitnehmen, sondern das Ganze ein bisschen mit euch überfliegen. Ihr habt ja dann später die PDF-Datei, die wirklich super, super ist. Und damit werdet ihr echt wirklich gut durch den Bauprozess geleitet. So, dann würde ich auch sagen, let's go! Der Bau besteht zum größten Teil aus Löten, das heißt, damit werden wir auch beginnen. Was braucht ihr zum Löten? Ganz klaren Lötkolben. Ich habe hier so eine Lötstation, die sieht jetzt vielleicht erstmal sehr professionell aus. Das ist sie auch, aber bei professionell denkt man ja meistens sofort, dass es auch teuer ist. Aber diese Lötstation hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Hat hier sogar noch eine Heißluftpistole dran und ist variabel regelbar. Ich dachte immer, für 30 Euro, da kriegt man doch nichts Gutes. Bin jetzt aber schon ein halbes Jahr mit diesem Stück hier befreundet und muss sagen, dass es echt top ist. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Löten. Als erstes beginnen wir die insgesamt 110 LEDs auf die Platine zu löten. Da es sich bei den LEDs um SMD-Bauteile handelt, ist dieses gar nicht so einfach, aber auf jeden Fall machbar. Nehmt euch eine LED aus der Verpackung und schaut erstmal, an welcher Ecke das Gehäuse leicht abgeflacht ist. Das ist nämlich unsere Markierung, damit die LEDs auch richtig herum auf der Platine landen. Auf der Platine findet ihr auch eine Markierung, sodass dort eigentlich nichts schief gehen kann. Achtet aber darauf, dass sich diese Markierung auf der Platine bei jeder Reihe einmal um 180 Grad dreht. Schaut also bei jeder LED genau hin. Beim Löten hat jeder seine eigene Technik, aber bei mir hat sich diesmal folgendes bewährt. Nehmt euch dünnes Lötzinn und eine kleine Lötspitze und verzinnt als erstes ein LED-Pin auf der Platine. Nehmt dann die LED und legt sie, Achtung, richtig herum mittig auf die vorgesehene Lötstelle. Nun könnt ihr die LED mit einem Finger fixieren und mit dem Lötkolben die Lötstelle erhitzen. Das Lötsinn sollte sich nun perfekt mit der LED verbinden und diese so fest fixieren. Dann könnt ihr ganz bequem die restlichen vier Pins verlöten. Prüft bitte bei jeder LED, ob sie wirklich an allen Pins Kontakt zur Platine hat. Die Lötstellen sind wirklich klein und ansonsten müsst ihr später nacharbeiten. Auch die vier Platinenbeine werden mit je einer LED versehen. Plant euch für diesen ersten Schritt ruhig ein paar Stunden ein, denn hier ist höchste Konzentration und Präzision gefragt. In der Zeit würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen kleinen Daumen hoch und ein Abo dalassen würdet. Aktiviert auch ruhig die kleine Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video wie dieses auf meinem Kanal online kommt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr alle LEDs verlötet habt, ist ein Großteil der Arbeit auch schon geschafft, denn die nachfolgenden Teile haben alle kleine Beinchen, die ihr um Welten einfacher und schneller verlöten könnt. Beginnen tun wir mit den 100 Mikrofarad Kondensatoren, die bei jeder LED verlötet werden. Polarität spielt hier keine Rolle, steckt sie einfach so weit wie ohne Gewalt möglich durch die Platine, biegt zum Fixieren die Beine auf der anderen Seite nach links und rechts und verlötet diese. Danach könnt ihr die Kondensatoren ruhig vorsichtig auf die Platine herunterbiegen und die Beine auf der Rückseite hinter dem Lötpunkt abknipsen. Damit wären alle Lötarbeiten auf der Front auch schon beendet und wir können uns der Rückseite zuwenden. Ab hier werde ich mich jetzt zurückziehen und euch das Ganze nur noch so bildtechnisch zeigen. Die Anleitung sowie die hervorragend designte Platine lässt euch da wirklich nichts falsch machen und leitet euch perfekt durch jedes einzelne Bauteil und jeden einzelnen Bauschritt. Nach nun fünf Stunden an Löten ist es endlich vollbracht. Wir können einen ersten Test hier vollführen. Das Löten hat sehr gut geklappt, war ein bisschen aufwendig, aber das habe ich ja erwartet. Und jetzt werde ich mal hier das Powerkabel reinstecken und hoffentlich fliegt mir das Ganze nicht um die Ohren. Wenn alles richtig laufen sollte, sollte jetzt hier eine große Q4 gleich stehen. Das heißt, ich stecke den jetzt hier mal rein. Das ist doch gut, wir haben hier die Q4. Ich weiß nicht, ob man das so gut auf der Kamera sieht. Oh, und schau mal hier, hier sind schon die richtigen LEDs am Leuchten. Und das ist doch schön. Falls das bei euch so sein sollte, dass nicht alle LEDs leuchten gleich auf Anhieb, dann könnt ihr hier unten einmal den Brightness und den Min 60 Knopf über vier Sekunden lang gedrückt halten. Und dann könnt ihr sehen, bis wohin eure LEDs richtig verbunden sind. Das heißt, wenn jetzt die LEDs zum Beispiel nur bis hier leuchten, wisst ihr, es ist entweder die LED oder die nächste, die nicht richtig herangelötet ist. Und so könnt ihr dann die Probleme ganz einfach finden. Das ist doch top! Jetzt, wo das Technische beendet ist, können wir uns dem Optischen zuwenden. Den Rahmen müsst ihr, wie gesagt, erst mit ein paar Schichten grundieren und könnt mit der gewünschten Farbe drüber lackieren. Nehmt euch dann die fertige Platine und schraubt mit den beigelegten Schrauben die Backplate fest. Das Ganze könnt ihr dann drehen, in die Vertiefung des Rahmens setzen und ebenso verschrauben. Achtung, das Ganze soll keinem Erdbeben standhalten, also schraubt die Platine bitte sachte fest, sodass hier nichts beschädigt wird. Die Frontplatte wird später mit acht Magneten in Position gehalten. Diese müssen aber auch erst in dem Rahmen versenkt werden. Also schnappt euch einen geeigneten Kleber, versenkt und verklebt die Magneten und achtet darauf, dass diese wirklich mit der Oberfläche eine Ebene bilden. Was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen, ist eine sogenannte Diffusionsfolie. Die gibt es auch im Shop von Du kannst mitspielen und bietet euch die Eigenschaft, das Licht der LEDs noch besser zu streuen und so ein möglichst weiches Licht zu erzeugen. Die Folie ist selbstklebend und wird einfach auf der Front über den Magneten aufgeklebt. Meine Frontplatte hatte bereits Magneten integriert, heißt ich brauchte sie nur noch auf den Rahmen legen und sie hielt sofort perfekt. Dann noch die Schutzfolie abziehen, gegebenenfalls das leider recht kurze Netzteilkabel mit einer Verlängerung verlängern, das Ganze an die Wand hängen und voilà! Da habt ihr sie, eure eigene DIY-Wörteruhr. Die Uhr hat die verschiedensten Einstellmöglichkeiten, die ihr bei der Bluetooth-Variante ganz bequem per Handy steuern könnt. Da es sich auch um RGB-LEDs handelt, können wir die Uhr in jeder Farbe leuchten lassen und so perfekt auf die gegebenen Räumlichkeiten abstimmen. Das war doch mal wieder ein richtig cooles DIY-Projekt. Wie gesagt, es gibt diese Bausätze auch schon vorbestückt bis zu bestimmten Punkten oder aber auch ganz vollbestückt. Geht da einfach auf du-kannst-mitspielen.de. Die Links sind auch in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch die ganzen Variationen angucken. Ich bedanke mich ja auch nochmal beim Hersteller für die Bereitstellung. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr mehr Bock auf solche DIY-Projekte habt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt auch eure Ideen für neue Projekte gerne in die Kommentare. Ich lese die immer alle durch. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da, aktiviert die kleine Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ciao! Ciao!